Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Folge von Let's Play Eko. Nee, das ist nicht Let's Play Eko. Ah, das ist Let's Play Ficke, ey. Strafenbausengelachtwo 2021. So, was? Ja, beständig irgendwelche Scheiße. Nimm die blöde Kack-Erde jetzt. In die Hand. Ja. Mit der Faust. Nervt mich. Immer noch. Nein! Mann, wie auch so komisch zu bauen. Du hast nun studiert, Mann. Anscheinend gar nicht. Ja, das Klötzchen-Stapel macht der Typ. Endlichstens werde ich so meine blöde Erde los. Also, ich hab auch sonst noch. Nee, nee, du. Werd die mal schön selber los. Was wird das denn jetzt bei mir? What the fuck? Ich hab komisches Sounds im Hintergrund. Also, Bürgersteiger muss ich rein theoretisch auch irgendwann nochmal machen, aber ganz ehrlich, da hab ich gerade nicht so viel Tweets. Schon wieder? Hm? Das ist das für ein Geräusch. Ich hab komische Geräusche. Ich weiß nicht. Schon wieder? Machst du irgendwas? Wie hören sich die denn? Nein. Wie hören sich die denn an? Woop? Ähm. Was denn? Also, aufnahmsweise mach ich mal keinen Woop. Was ist das bei mir in der Musik? Ist das bei mir in der Musik? Nee, das passt ja gar nicht dazu. Oh, das ist die Fickmusik. Ich merke, du kriegst keine Lieder. Nee, die Place ist neu. Okay. Und ich weiß jetzt schon, wenn es das nächste Mal kommt, dieses blöde Lied, werde ich mir wieder denken, was ist das denn für ein Geräusch? Och, man lernt ja nicht aus, ne? Alles macht mich heute fertig. Ich schütte gerade so ein bisschen den Fluss zu. Sag mal, ich glaube, es hackt. Die muss die Erde loswerden. Ich hab's hackt. Ach so, halt. Tack. Plazieren, platzieren, platzieren, platzieren. Ich bin trotzdem stolz. Ich hab ein ganzes Lager hier schon wegbekommen. Wow. Pfuuu. Ich stempel straßen. Hm? Kennen Sie auch schon den neuen Straßenstempler 5000? Wo? Nervt es Sie nicht auch, nicht ans öffentliche Netz angeschlossen zu sein? Ständig immer kilometerweit laufen zu müssen. Kitma, 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 Kitma. Spiel Life is Strange True Colors. Okay. Es ist nicht unbedingt jetzt sofort, aber sehr bald, bitte. Es ist so unfassbar schön, dieses Spiel. Ich hab noch nicht mal Life is Strange 2 gespielt. Das... Oh, Kitma. Ich werd immer so von allen Seiten angewotzt. Du musst das spielen, du musst das spielen, du musst das spielen. Auch im Stream schon immer. Können wir das spielen? Kannst du das spielen? Nee, das ist voll gut. Ja, ich weiß, dass die Spiele alle gut sind. Ja, du spielst zu wenig. Entschuldigung, dass mein Tag noch 24 Stunden hat und ich mein Geld anderweitig noch verdiene als mit Let's Plays. Pfff. Ich auch. Ah. Und? Hast du die ganzen Spiele gespielt, die ich gespielt hab? Nö. Hast du schon mal das Spiel gespielt, was ich dir vor fast einem Jahr geschenkt habe? Nee, weil immer wieder was anderes dazwischen kommt. Aha. Ja. Also andere Spiele. Also bist du nicht in der Position, dich zu beschweren, Yichi. Doch. Ich denke. Ich denke schon. So, wie viel Erde ist da eigentlich noch drinnen? Ja, okay. Ich schreibe mir Life is Strange Two Colors auf meine ganz lange Liste. Es ist wirklich schön. Ich glaube es, Yichi. Ich glaube dir immer, wenn du sagst, dass ein Spiel schön ist. Ich spuckst du dabei auch so ein bisschen? Nee, spuckst du nicht. Ich spuckst du dabei auch so ein bisschen? Nee, spuckst du nicht. Ich brauche hier nur wieder... Ich brauche hier nur wieder... Achso, ja. Ich bin doof. Sein ist doch sowas nicht. Ich brauche Sanchi. Sand. Ich nicht. Wo habe ich denn letztens noch Sand hergeholt? Gib mal... Ah nee, er hat sicher die nicht alles gut. Ich weiß auch nicht, wenn du ankommst, willst du meistens was von mir, aber... Niemals. Rundklinge-Technik-Spezialisierungs-Aufstieg. Was ist denn das hier? Ist das nicht Sand? Beziehungsweise ich glaube, das, was ich jetzt von dir will, das begrüßt du. Ich... Brauchst du Erde? Ja. Die liefere ich dir sogar nach Hause. Echt? Das ist super. Ja, natürlich. Also, soweit ich komme. Dann muss ich nämlich nicht runterlatschen. Weil mein Karin geht ja nicht mehr. Es muss Erde sein, ne? Es darf kein Leben sein, richtig? Nee, Erde. Ja, okay. Ich habe nämlich nur noch ganz so viele Stück. Ich werde sehr viel terraformen müssen. Und dieses Lager muss ich leer machen. Lager leer machen, das, äh, ja. Ist nicht schön. Nein. Das kenne ich aber. Das Schöne ist, dann kann ich nämlich jetzt dieses Lager hier wegmachen. Weil das war nämlich voll mit Erde. Also, ich habe ganz viel Erde, wirklich, ne? Also, selbst wenn das nicht, was ich dir jetzt bringe, nicht reicht, dann, ich habe noch mehr, wenn du brauchst. return. Ich fühle dich immer frei zu fragen. Ich fühle mich immer frei. das sind die mit auch irgendwo sorgt die schule ist unser mag mir bitte das nicht in das lage unten weil das mache ich gerade weg ok ich lasse dir einfach ich lasse dir einfach die schutz joe da so kannst du es auch machen und ich bringe dir dann wieder wenn er wehrt so er steht jetzt hier unten okay der tod die ohren wackeln noch erscheint zu schlafen das merkt man sich bei mir auch öfter mal ja wo sie schnarcht sie muss noch leben ne ich schnarche nicht wird er nur ganz leise und putzig lager fast leer da macht immer denselben fehler nein ich benenne ja die die ganzen wagen immer nach lkw fahren ja stimmt so der nächste wagen heißt tote taube glückwunsch glückwunsch ja dankeschön also knieschutz joe ist jetzt bei dir und ich bin jetzt mit tote taube wieder im steinbruch wir sind sehr glückwunsch das ist auch so eklige geräusche nein ich bin nur fast runtergefallen so schade hui wieder hoch muss ich eine adrc rufen das war dieses wenn du mit der spitzhacke hantier ist dass er noch einmal nachschlägt losgelöst von der erde so ungefähr ja das kenne ich hier eine muss ich noch weiter ich stehe los ich weiß jetzt nicht ob ich soll ich jetzt stolz auf dich sein schien warum du so schön gesungen hast inventories to heavy fiktig inventory die scheiße abbauen sehen sie zu stark bist du zu schwach schön hast du sie übersetzt wo hast du jetzt den dreck hingestellt da unten das ist erde kein dreck erde ist dreck das stempel ding ist bald kaputt nee erst muss ich erde klatschen meine spitzhacke ist kaputt doch ist das dritte mal in dieser aufnahme session geht ja noch ich habe mir vor dass wir das siebte mal er ist das siebte mal krasser dass diese erkenntnis einfach ich bin drocks im lager noch irgendwas zum rocken irgendwas auf der hand gerade nehmen 20 steine auf die faust jeder folge muss es mindestens einmal sein das ist meine standard gefluche die letzten tage nicht miteinander geschrieben ich merke dass dass ich irgendwie diese art von gesellschaft vermisst habe siehst du wirst wieder empfindlich ja ich ich war schon ein bisschen ein bisschen stolz dass ich wieder so unbefleckt war wo ist sind die die rampen und dann zieht er sich gleich den karren und dann zieht er den hier runter das wäre nämlich nicht so gut das war nicht so gut dann sieht man einfach nicht was man schon abgebaut hat und was nicht nur noch dreieinhalb tage arbeiten stimmt du hast urlaub ne nächste woche jetzt abnächste woche donnerstag geht es direkt zu beginn los oder ich bin erst noch zu hause weil ich einen zahnarzttermin habe aber nach dem zahnarzttermin geht es los ja okay ich war ja ein halb stunden fahrt und dann bin ich in einem wunderschönen ferienhaus aber zweieinhalb stunden ist ja nicht viel ne ist direkt an der grenze zu österreich eine woche kein handy ich freue mich drauf so hart diese leute können das jetzt nicht nachvollziehen oh die idee oh gott diese leute tun mir leid wenn man also ich mag social media ja echt gerne social media hat mir sehr sehr viele sehr gute freunde gebracht aber wenn man social media privat als streamer sehr heftig macht und dann auch noch im berufsleben tagtäglich mit social media zu tun hat dann bist du froh wenn du mal abstand hast ja ja einfach mal einfach keine menschen ich will nicht mehr ich will schon wenn die tiere um mich herum springen so wie hatten wir nicht mal ursprünglich für das eco let's play so was ähnliches äh metapher mäßiges formuliert du im wald mit den tieren ja jetzt du mit dem bogen um die kadaver herum gar nicht weh du döst die tiere ja ich mach das nur damit wir hier keine überpopulation bekommen zu machen dass die jäger auch ja ja rapi jäger die rampe geht langsam hier runter ich glaube ich muss nach der folge pipi ja das denke ich mal lässt sich einrichten ich habe die folgen von letzter woche noch gar nicht gerendet ich habe die folgen von letzter woche noch gar nicht gerendet ich habe mich heute gar nicht an meinen aufnahmeplan gehalten ach scheiße ich brauche noch eine bist du nicht erst ab oktober weg ja nächste woche donnerstag ist der 30 september und dann ist der erste oktober hast du nicht vorhin gesagt du musst noch drei tage arbeiten ja ne also dreieinhalb morgen einen tag dann nächsten montag einen tag dienstag einen halben tag mit woche den ganzen tag ach ja stimmt du bist ja dann aus der freitag gar nicht am arbeiten ich vergaß ja nur teilzeit ja entschuldigung jemand der 40 stunden die woche macht für den ist das so das normalste der welt der denkt an sowas nicht ich würde auch gerne ich darf nicht dann müsstest du aber mit ihnen dann müsstest du aber mit den streams runterfahren also ich stimme ja mittlerweile montags nicht mehr sonntags also es geht ich darf ja nicht länger als 20 stunden ja ich habe heute schon wieder eine halbe stunde über stunden gemacht weil ich nicht aufhören wollte aber gut mein arbeitstag war auch heute hart anstrengend muss ich sagen ist krass ich habe zweieinhalb stunden anno 1800 gespielt ja es ist andere menschen würden sich wünschen so einen beruf zu haben ja ich bin auch sehr froh drüber deswegen beschwer ich mich gar nicht morgen wird wieder stressiger wobei ich glaube morgen ist mein kollege wieder da aber du darfst die sachen nicht als letztes play machen oder nee 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 das war ähm weil ich videoschnitt mache ok und da musste ich halt was aufnehmen ich äh ja ich brauche übrigens immer noch sand woher nehmen und nicht stielen kann ich nicht sand herstellen in minecraft geht es mit dem pulverizer ja ich könnte mir jetzt auch vorstellen dass ich hier mit dieser mit diesem malwerk doch einfach steine zu sand zermahlen kann oder nicht aber offensichtlich geht das nicht kann man nicht erde zu sand machen ich hätte noch ein bisschen ich kann nicht ich kann wo auch ich kann limestone wolf style stature und limestone old statue machen wunderschön herrsch dabei rocker box screening machine sensor base belt sorter rocker box ok herrsch dabei werkbank ok mit einer rocker bank kann man das machen und an der werkbank muss ich das machen hatte ich das nicht mal hergestellt super was weiß ich jetzt nicht rocker box ich warte mal ich meine ich habe die doch mal hergestellt die müsste ich doch bestimmt zu hause haben hallo chi was machst du denn da oh wow sie sind schon sehr weit gekommen Frau Nanami du Arsch ich habe ja oben angefangen ich will nur gucken wo ich hier gerade anschließe oh ja ich habe tatsächlich eine rocker box gemacht so na 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 lass mich da durch hallo wirsch na 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 Halt es mal! Aua, geh doch weg! Meinst du hier den Knieschutz Joe? Ja, genau. Schleppdepp. Ja, deinen Schleppdepp halt. Und wenn der Wolf dich angreift, dann verlierst du Hunger. Ist das so? Ja. Ich wurde nämlich gerade angegriffen und habe Hunger verloren. Was sehr viel Sinn macht. Ja. Du aussiehst wie so ein kleines Mädchen und dann dieser riesen Wagen dabei einfach. Ja, wir hatten gerade kurz einen Disput, aber es geht wieder. Was ist denn jetzt? Was bin ich jetzt damit hingefahren? Da! Ja. Ich brauche mehr Dirt Rams. Gitma! Ja. Ich brauche mehr Dirt Rams. Okay. Bitte, bitte. Wie viel? Ich habe dir 27 gegeben. Ja. Sind schon alle weg. Ich bin irgendwie stolz. Hier mache ich gerade noch acht. Mann, hättest du mir das ein bisschen für eher gesagt. Ich habe heute schon zwei Wagenladungen Erde entsorgt. Hätte ich noch wunderschöne Dirt Rams draus machen können. Dirt Rams? Woher stelle ich denn mal diesen... Ich stelle diesen Rock Attack mal hier nebenübergangsweise. benutzen. So, und da kann ich Sand Concentrate machen. Aus. Wie lange brauchen die Dirt Rams noch? Wir haben zwei Minuten gebraucht. Wo ist die? Die sind bei mir in der Werkbank zu Hause. Die sind da wahrscheinlich in irgendeinem der Lager wären die reingepackt. Okay. Ich gucke. Ah, da. Hast du? Vier Stück, ja. Na, 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 na. Oh, da kann ich jetzt sonst erstellen. Glückwunsch, I guess? Äh, der dauert zwar jetzt... Oh Gott. Kann ja nicht passiert werden. Oh. Deswegen. Ichi, komm mal bitte her. Zu mir. Ja, Moment. Wo bist du? Du siehst mich auf der Minimap. Ich bin in deiner Nähe. Ja, aber ich... Weiß ich... Hier, hier unter der Treppe. Ach da. Okay. Ja? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Wow. Ich hatte jetzt kurzzeitig so eine Babywiege im Kopf, aber okay. Ja. Nein. Zock. 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 So, habe ich hier noch irgendwo Erde gerade rumfliegen? Da, in deinem Schlepptop. Oh, ich habe hier noch 38 Dirt Rams G. Oh ja, du kannst sie mir gerne in deinem Schlepptop backen. Ja, aber sehr gerne sehe ich gerade durch Zufall. Yay. Da habe ich wohl schon mal etwas... Okay. ...versucht zu entsorgen. Vielen Dank. Ich kann leider immer nur 10 auf einmal tragen. Ist okay. Ich habe noch 5 Rüben da irgendwo in dem Inventar drin. Das sind sogar ganz normale Rüben. Inventory is too heavy. Dann öffne dich doch! Was ist denn falsch mit dir? Nimm dir Arsch und Zwirn. Inventory is too heavy. Ja, Inventory is too heavy. Ich kann die dir ja nicht reinpacken, Chi. Jaaaa. Ist okay, lass das erstmal so. Ich komme auf dich zurück, wenn ich wieder welche brauche. Hier. Hier. Drei. Hast du dir die bei mir vom Lager weggenommen? Ja! Okay. Drei. 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 Wunderbar. So. Das ist nicht so viel. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Wie ist das ein Taler Müll, der hier rumfliegt. Drei. Drei. Vier. Welchen Lagerplatz habe ich jetzt angeschlossen? Oh ne, war doch der richtige. Okay. Das weiß ich nicht. Alles gut. Meine Schaufel ist kaputt. Und ich bin zu hungrig. Drei. 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 so coole 8 bit musik da wird jetzt gerade sand hergestellt was braucht sich noch mal dafür gehen sie doch mal aus dem weg ich bin doch schon weg war nur sand okay das wird knapp da hoch zu kommen es gibt halt echt sehr viele sachen ich weiß nicht ob das schon mal aufgefallen ist noch nicht ja ich war nicht nur schon mal vor es gibt wirklich sehr viele sachen machen kann von der info muss ich mir jetzt erstmal erholen ich noch was drin tote taube ist leer ok nee hey da ziehe doch ich bin ja nicht doof warum ich den den wagen nicht mehr hergenehme warum warum einfach wenn es auch kompliziert geht ja ich renne jedes mal die rampen runter wofür habe ich denn die rampen gebaut nur diese gelben steine das ist so viel granit einfach ich weiß noch wo ich kein granit hatte wie läuft gerade stadion wenn wir auf das könnte ich auch mal wieder spielen da gibt es extrem viele updates gegeben da auch mit neuen farben und so ja und ich habe letztens gehört dass die entwickler stadion wenn die einstellen wollen ja also die entwicklung angeht ja aber der arbeitet ja gerade neues an einem neuen ja das habe ich auch gehört finde ich trotzdem schade ja also auch wenn ich sage wenn die jetzt nicht so aktiv gespielt habe ich bis zur ich sag mal ich habe ich habe es komplett durchgespielt aber ich habe es jetzt nicht mehr aktiv verfolgt so wollte ich sagen ja ich habe das gemeindehaus fertig gemacht ja ich habe alles gemacht geheiratet habe ich alles bei mir war alles aufgedeckt kind habe ich auch alle rezepte also nicht so weit habe ich es nicht alle dungeons alles bis zum extremo ich weiß ja nicht wann es eingestellt wird erstmal müssen wir ecospiel wir wollen jetzt liebe zuschauer das war jetzt keine bestätigung dass wir das tun also das war jetzt nur daher gesagt so funktioniert gamefindung bei uns wir müssen ja auch auf die große wir aber nicht so gekommen damals auch nicht ja es ist mir sagt da habe ich da habe ich dich sehr genötigt ja das gebe ich offen zu und mittlerweile und mittlerweile und mittlerweile bist du da selber von voll gehypt ja das klagt mal jetzt sehr zögerlich ich weiß ja gut aber wir beenden die folge nächste folge ist erdeklatschen bei dir ja bei mir ist auch nicht also stein abbauen ist jetzt auch nicht viel spannender als erdeklatschen kann ich sagen ja es geht dann weiter ja so kann man so kann man es auch nennen aber hey vielleicht vielleicht machen wir heute noch mal was anderes außer langweilige sachen aber das könnte ich glaube es nicht überraschen lassen aber auf alle fälle bühne 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 bühne